Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Together, Super Mario World of Ness, nein of Ness. Und so weiter und so fort. Ah, das Dumme ist, wir sind immer noch da, wo wir auch vor zwei Parts waren. Äh, vor allem. Ja, egal. Ja, früher war es ja noch spannend, dieses Let's Play. Nur langsam entwickelt sich das zu einer Plage. Okay. Jo. Und wir brauchen jetzt erstmal ne Abkürzung, weil anscheinend schaff ich's ja nicht direkt beim ersten Mal mit nem Yoshi. Nee. Deswegen, äh, brauchen wir jetzt erstmal ne Abkürzung. Jo. Und wir machen immer noch kein Special. Nee. Könnt ihr euch auch klingen können. Splats spannend. Splats spannend. Nee, eigentlich. Ihr müsst euch erstmal ein paar Fails reinziehen und dann, äh. Ja. In Wahrheit spielen wir hier gar nichts, das sind alles nur die Outtakes und wir haben die Level schon längst fertig. Ja, klar. Um euch zu quälen. Ja. Natürlich. Und das folgt übrigens jetzt noch die nächsten 20 Parts, also dieses Level. Ja. Das sind alles Outtakes. Ja, ja. Klar. Und wir kommentieren einfach nur nach. Und dann, äh, kopieren wir und fügen das nach 20 Minuten wieder ein. Dann denken alle, es wäre wieder neu. Kommentieren. Ja, ja. Aber es ist eigentlich immer nur dasselbe Video. Ja. Genau. Weil, äh, das müssen wir so machen aus, äh... Technischen Gründen. Ja. Weil es sonst nicht anders geht. Ja, genau. Äh, warum sind wir nochmal gefehlt? Ah, genau. Oh, mein lieber Magic Cooper. Oh. Geil. Das ist super. Ja. Genau so. Oh, leck mich. Meinst du echt? Ne. Eine Münze. Ja, toll. Eine Münze. Eine... Warum? Warum? Sag mir, warum? Warum ist die Banane so krumm? Ja, toll. Ja, super. Ja, genau. Oh, sinnfrei. Sinnfrei. Oh, mein Gott. 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 Bleistifte. Auf Doom. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. L- LOL. LOL. Oh, mein Gott. Sind wir schon soweit gewesen? Ne. Ich glaub auch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh ne, jetzt kommt gleich nochmal der Magic Cooper und dann bin ich erledigt, ne, nice Ha, bam, bam, Punkt, Alter, yeah, oh mein Gott, was geht? Oh mein Gott, was zur Hölle, komm schon Und jetzt, bam, 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 ja, du hast guckt, lol Der ist schon wieder, nein, komm schon, yes, ja, 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 oh, geil Yes, eigentlich, wieso eigentlich, nicht eigentlich, yeah Ja, endlich mal wieder was Neues, hier im Start, let's play town Du liest vor Okay, thank you Fertig Boah, stark, strong Luigi has defeated Larry Cooper in Castle No. 7 All that is left is Bowser's Castle, where Princess Toadstool is being held Can Luigi rescue her and restore peace to a dinosaur land? In Mario, Mario, du, du asshole You asshole Yo, damit, äh, bei der Front Door, aber wir werden's natürlich noch nicht machen Ähm, ich glaube, du könntest theoretisch schon mal die Special, äh, Dings angehören Meinst du echt? Oder, äh, ja, wir wissen noch Ich kann da nicht hin Geht's nicht nach links? Kann nicht nach links, ne Boah, das ist natürlich jetzt super Ja, das ist echt toll Das bedeutet, wir müssen wieder einen übelst langen Weg gehen Oder du könntest das Level einfach versuchen Welches? Das? Oder ne, das sind wir nicht durchsuchen Nee, das machen wir zum Schluss Nein, nicht das, sondern das Aber das sind wir, glaube ich Das Was? Geh mal kurz rein Sind wir da durchs... Ob du den Checkpoint hast oder nicht? Ja, du hast den, ja, dann ist eh scheißegal Ja, aber ich brauch doch nen Yoshi Ja, eben, ja Ich wusste nicht... Ja, egal Das ist ja dumm Das ist ja dumm, dass die Brücke das blockiert, ey Ja Ja Ja, toll Es ist wunderbar, ey Und beim einen wissen wir halt nicht wieder, wo das Secret ist Was? Hallo Ich hol mir erstmal nen Yoshi Ich hol mir erstmal nen Yoshi Aber du kannst ja schon mal mit Special anfangen Na, okay Damit's nicht so langweilig wird Genau Ja, heute fangen wir mit dem Special an Yay Und so Yoshi Droge Droge Jetzt hole ich mir sogar die Federn Sogar Federn Als Droge Ja Einfach weil ich's kann Äh Federn als Droge Schon ein bisschen merkwürdig Und so Ähm Ja Ja, bei mir auch Unglaublich Ey, das ist ja bei dir Unglaublich Ich hör's So Die Frage ist, mich wird jetzt mal kurz was interessieren Ja, das muss doch gehen, oder? Was? Ja Ja, das geht Aufhehl Es wär sinnlos Aber Hä? Jetzt kannst du wieder zurück Hä? Ich find's los Aber ich konnte nicht dahin Ja, ich konnte auch nicht dahin Aber jetzt geht's Dumm Dumm Ja, okay Okay, egal Ja, dann ist es gut Dann muss ich nicht so weit laufen Dann müssen wir generell jetzt nicht mehr so weit laufen Ja Endlich mal Yeah, wir haben was geschafft Ui Was war das? Ja, ich kann nichts sehen Wieso kannst du nichts sehen? Hä? Weil ich geflogen bin Und das Level ist gescrollt Ah Gott Äh Toll Schaufel Schaufel der Steine So, jetzt ist gut So Oh oh Ne, diesmal nicht Ah, die Feder bringt ja was, ne? Ah, super Ah, super Toll Ah, super Und wir sind wieder hier voll am abfailen Und haben halt gefailt Aber kannst du nicht mit dem Nein! Geil Äh, ne, geh wieder zurück Weil sonst verlierst du den Checkpoint Ich weiß Also Ja Obwohl, wenn du den da Ne, doch nicht Hm Na gut, ich versuch mal das Special Jetzt geht's Jetzt geht's Keine Ahnung, ist das ein Bug oder so gewesen Das war ein Bug Diabetisch So, Special Und wir machen einen Cut Ne Ja, ne So Das Pass auf Äh, bla, nochmal Das, worauf alle gewartet haben Special Ich liebe die Musik Amazing, if you have me in this far Beyond Light is the special zone completed And you can explore a strange new world What? Ähm Noch ne neue Welt? Neee Nee, das kann nicht sein Nein, das kann nicht sein LOL Ja, das Was machst du denn? Äh, okay Na, komm schon Na, komm schon Na, hallo Achso Ich dachte Der erscheint jetzt Jetzt Ja doch Na Was machst du? Nix Ja eben Lass mich doch Okay, einfach erstmal hoch Okay Dann geht halt wieder runter Ja Ja, siehste Jetzt geht Nein Doch Meine Fresse, ey Muss ich das so kompliziert machen? Junge Ja, geht doch Warum hast du nix gelernt? Guck mal den Masse an Warte mal, ich glaub Er spielt sogar den Luigi What? Ähm Ja Was geht? LOL Ja, ich falle Willst du nicht mit mir spielen? Nein, ich hasse dich So und ich hoffe, dass ich jetzt Dabei ist doof Ich hätte niemals gedacht, dass wir diese Top-Secret-Area jemals so oft brauchen würden, aber Es ist echt schlimm Ja, es ist ne Droge Es ist einfach ne Droge Aber jetzt haben wir immer ne Abgrützung Joa Hm Hm Danke, dass du mich grad So abgemutscht hast Ja Ich konnte mich nicht drücken Ja, ist gut jetzt Das klingt jetzt richtig schwul Ja, ist egal Nein, ist es nicht Ah Fuck you Dumm Dumm Kille ihn Rache Da oben ist nichts Okay, klar Da oben ist Oh, Mann Oh, ich will nicht mehr Okay Dumm, 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 flowers Na Naja Naja, also echt, das übersteigt meine Fähigkeiten Ah, das ist doch einfach Hä, das ist doch mega einfach Naja, ja dann mach doch Was? Warum gehst du runter? Achso, fließt Weil ich nochmal hoch will Achso, okay Damit du nochmal sterben kannst Jaja Okay Okay Und was war los jetzt? Mission erledigt Okay Ich glaub ich mach mit dir deine Ja Ja Ich hab grad echt keine Lust auf das Sieg bitte Hallo Hallo Knalli Was? Knalli Vielleicht kannst du hier fliegen, das wär besser Ne Ich komm ja gar nicht so hoch Natürlich Nein Damit nicht Ich nehm auch nicht den Peacewit Och mann Toll Man kann auch einfach mal straight forward Ja So Ja Ja So Okay Lol Äh Röhrer? Fragezeichen Kann man nicht rein Brauchte man einen Untergrund Ja Nice Ach, vielleicht kann man da auch einen Untergrund schaffen Ja, vielleicht mit dem Peacewitch aber Ähm Warum hast du jetzt so viele Peacewitches? Ah, okay Oh mein Gott Äh, ja Lustig Tralala Ich dachte ich komm noch hoch Ein 3 mein Malack Mhm Schön Wieder ein failiger Failpart Aber immerhin ist das krass so geschafft Du was Junge Warum hast du nix gelernt? Ja ist gut jetzt, das wird auf Dauer jetzt Brüder Das stimmt aber Mein Skill ist heute nicht mehr Ja Oh Gott Was? Trug mal rennen Und dann? Ja dann fliegst du weiter Und dann? Ja und dann Dann flieg ich wieder nach unten Ja, und dann Ja, man kann sich auch dumm anstellen Hey Hey, du hast meine Gefühle verletzt Äh Was machst du? Junge Ja Es ist ein Teufelskreis Ja, ist es auch Ich weiß nicht was zu schwer daran ist Es ist schwer Ja, ich hab's doch grad beim ersten Versuch Oder beim zweiten Eigentlich Aber ich hab's dann geschafft Ja, aber wie kann man denn noch höher springen als... Ja, das reicht doch Wie, es reicht doch Ja, das reicht doch Scheisse Alter �w Weißt du was? Ich will sterben, komm. Jetzt kann ich nicht mehr sterben oder was? Kannst du einfach Start Select rücken. So. Ne, ich muss sterben. Das ist meine Zukunft. So, wir machen einen Cut und sehen uns aber beim nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.